Ja, hallo lieben, grüßen Sie mal, Paterpult, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Warte mal, dass ihr euch jetzt anmelden könnt für meine Ausbildung auch, zum quasi Leadership Coach, wenn ihr auch mein Wissen nutzen wollt über Beratung von toxischen Beziehungen oder Paartherapie, Paarberatung, dann meldet euch da gerne so an, findest du einfach auf Leadership und dann oben Ausbildung. Ja, heute kurze, knackige Frage, sehr interessante Frage eigentlich. Herr Christian, ich habe mal eine Frage, kann eigentlich nur der Pluspol liebessüchtig werden in einer toxischen Beziehung oder kann der Minuspol auch liebessüchtig nach dem Pluspol werden? Naja, also meistens ist es ja so, dass einer will raus und einer will rein in die Beziehung und ja, ich nenne das manchmal so, seine Frage ist, glaube ich, in eine andere Richtung, aber ich beantworte sie trotzdem mal ein bisschen weiträumiger. Natürlich, wenn man jetzt plötzlich den Minuspol verlassen würde oder auch seinen manipulativen Minuspol verlässt, dann findet er das natürlich auch nicht lustig und empfindet dann nicht auch, ach du Scheiße, nee, das wollte ich ja gar nicht, dann wird man wieder zurückgeholt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also ich nenne das manchmal so ganz gern kalte Liebesuch, weil es eben nicht diese Merkmale hat von dieser, ja, verlustängstlichen, manchmal sehr co-abhängigen Liebessucht, aber das heißt natürlich nicht, dass der auch der Minuspol nicht irgendwie eine Art von Bindung hat, die aber auch häufig erst merkt, wenn man sich selber mal zurückzieht. Von daher, um die Begriffe jetzt mal nicht zu sehr zu verkomplizieren, würde ich sagen, nee, das ist schon der Pluspol, der eigentlich im klassischen Sinne liebessüchtig wird. Bei meiner Ex hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie ihren Dopaminkick bekam, als ich ihr mehr Freiraum gab, um den sie manchmal kämpfen musste. Ich habe ja geklammert, zwar nicht grundlos, aber ja, ich tate es. Ja, das ist eine interessante Frage, habe ich, glaube ich, noch nie bekommen und ja, deine Ex hat bestimmt einen Kick bekommen, wenn du sie, ja, ihr diesen Raum gegeben hast und dachte, ach, also, weil wir wiederholen ja häufig unsere Kindheitsgeschichten so, ne, und wenn sie jetzt eine Kindheitsgeschichte hatte von, oh, Mami schreckt mich immer ein und eigentlich kann ich mal machen, was ich will, ja, es hat ihr bestimmt so einen Kick gegeben, genau wie du vielleicht, Mami ist nie da, ach, jetzt ist Mami immer da oder wer auch immer, ja, kriegst du sozusagen deinen Hit, aber es hat noch einen Unterschied, da komme ich gleich mal drauf. Ist das der gleiche Dopaminkick, den ich immer bekam, wenn wir ruhige innere, innige Momente hatten, zum Beispiel SCX, wo ich runterfahren konnte und Sicherheit spürte? Ja, das glaube ich nämlich nicht, weil der entscheidende Punkt ist bei dieser Pluspol Liebessucht halt, dass es, ja, häufig eben verbunden ist mit, mit, mit dem Bindungssystem, also auch mit dem Aktivierung, also nicht die Deaktivierung, sondern die Aktivierung des Bindungssystems mit Sex, mit körperlicher Nähe, mit diesen ganzen, äh, Bindungshormonen, äh, Sexhormonen, also das ist eben, ja, deswegen ist dieses mit Dopamin, ist ja auch immer so eine Vereinfachung dieser ganzen Situation, aber eben diese, äh, Verbindung mit, mit Sex und so, die, ähm, ja, macht, macht, glaube ich, diese krasse Liebessucht. Aber was ein Vergleich wäre, will ich jetzt aber nicht anträgern, ist, äh, wenn eine Ex rausgeht und, äh, schläft mit jemand anders so, ne, also während er in der Beziehung war natürlich, also sie geht quasi, sie geht raus und hat dann, das ist ja häufig Menschen, die so bindungsängstlich ist, äh, unverbindlichen Sex und scheißegal und mit dem muss ich auch nie zusammen sein und, äh, das wäre tatsächlich vergleichbar und dann wären wir aber schon wieder bei dieser kalten Liebessucht, wo ich immer sage, der Unterschied ist eigentlich, dass diese hotte Liebessucht auf eine Person ist und diese kalte Liebessucht eher so, ist einfach nur, um diese beiden Begriffe zu trennen, ne, heiß und kalt, wisst du schon, wie ich es meine, denke ich, ähm, kalte Liebessucht eher ist, ähm, Abhängigkeit von Bestätigung von mehreren, von vielen Menschen, ne, am besten immer unterschiedlich und nicht der gleichen Beziehung, ja, jetzt sind alle Pluspolier wieder angetriggert, äh, wie kann man so ekelhaft sein und einen Kick dabei kriegen, wenn ich, äh, mit einem anderen Menschen schlafe, während ich womöglich in einer Beziehung bin, ja, so ist die Welt, ich habe es, finde ich, so gemacht und wenn man nicht selber mal in einer Situation war, im Minuspol, sollte man auch vorsichtig sein, da zu schnell drüber zu urteilen, kann ich auch gleich sagen, ähm, also natürlich darf man für sich sagen, hey, finde ich total ekelhaft, aber könnte mal sein, dass man selber mal, äh, in die Versuchung kommt und dann wird man ja sehen, ob man selber dem widerstehen kann oder auch nicht, ähm, so, also insofern, da das hier aber nur mit rausgehen zu tun hat, denke ich schon, dass es ein kleiner Unterschied ist, so, ne, äh, bekam sie den Kick, als sie wieder ging und hoffen muss, dass es okay zu gehen, ja, wie gesagt, sicherlich ist das, äh, für sie so ein Highlight-Gefühl gewesen, aber kann man, also Liebessucht ist einfach so vertrackt und, und, ja, hält einen so festhängen in, in unglücklichen Beziehungen und, äh, also dieses festhängen in unglücklichen Beziehungen haben so Minuspole eigentlich nicht so, weil sie ja immer eher so tendenziell raus wollen, deswegen ist es, ähm, ja, viele würden vielleicht sagen, das Verhalten des Minuspols ist problematischer, ja, wer bin ich, das zu beurteilen, wir spielen halt all die unsere verrückten Spiele, aber der Minuspol hat einen großen Vorteil, dass er häufig nicht, ähm, so diesen Leidensdruck hat, der dritte häufig erst zum späteren Zeitpunkt aus, wenn man, wenn man merkt, boah, ich bin hier schon 97 und kann keine festen Beziehungen führen, das ist ja auch irgendwie scheiße und, äh, das ist aber nicht so dieser Leidensdruck der Verlustangst, der, äh, dieses, weiß ich auch nicht, wo das innere Kind mit reinballert und, also, wo man überschwemmt wird von, von Sehnsucht und was weiß ich was Gefühlen, das ist es eben nicht und, ähm, und deswegen hat es auch nicht so diese, diese, dieses Ausmaß, sag ich mal, was es für ein Pluspol hat und, also, der Pluspol empfindet er vielleicht mehr, aber er zahlt halt hohen Preis dafür, ne, dass es sehr addiktiv ist, so, ne. Ähm, hoffe, du kannst mit der Frage aus Anfang, absolut, äh, bin seit sechs Monaten getrennt und noch viel am Forschen, deine Arbeit hilft massiv, bitte geh viel Snowboarden, damit du keinen Burnout bekommst und den Kanal dicht machen musst. Ja, ist ein sehr guter Tipp, äh, ja, wie gesagt, gerade liegt der Stress bei mir auf, äh, anderen Ebenen, aber das ist auch, äh, habe das ja schon angedeutet, Sachen, die, glaube ich, viele Menschen gerade erfahren, die im Wohnungsmarkt zu kämpfen haben und, äh, bin nachgehen kann und auch nicht, ähm, das Wetter einem Strich durch die Rechnung macht, ähm, wie letztes Jahr ist es ziemlich oft. Das wäre schon schön, aber gut, dass du mich daran erinnerst, ich wollte mich eigentlich mal für so eine Snowboard-Freizeit anmelden, also, sehr vielen Dank für die, für die Erinnerung. In diesem Sinne, aktiv agieren Kurse, guckt mal, ob die Ausbildung was für euch ist, ähm, jetzt ist ja auch bald Lesungszeit, das kann ich auch nochmal kurz antickern hier, also was ausverkauft ist, ist, äh, sind die beiden Berliner Lesungen, Hamburg ist kurz vor ausverkauft, München ist auch schon stark gebucht, äh, wo noch ein bisschen mehr Luft ist, ähm, ist Karlsruhe, das ist ja auch jetzt ziemlich zackig, ist Wismar, ist, glaube ich, auch Frankfurt, soweit ich weiß, äh, weil wir einfach einen sehr großen Saal haben, ähm, und eine fehlt da noch, also Wien kommt noch, da hatten wir schon welche geschrieben, Wiener, das wird, äh, Anfang nächsten Jahres sein und Essen gibt's, glaube ich, auch noch Tickets, wir kriegen mal wieder Leute, äh, Nachrichten von Leuten aus Köln, Leute, es gibt, ich weiß nicht, was mit eurer Stadt los ist, es gibt einfach keinen Lesungsort, wir haben uns jetzt wirklich, ich hab das hier wirklich, jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre probiert, da was zu finden, dann müsst ihr halt nach Essen kommen und findest du alles auf libysche.de und dann oben auf die Lesungsseite tippen oder einfach bei Ventim direkt, ähm, äh, cooler Hemmschelmeier eingeben und da findest du natürlich auch mal eine Lesung. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben. Musik 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 Vielen Dank.